Tag, servus und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Der Piraten-Sommer neigt sich langsam dem Ende, aber ich wollte euch unbedingt noch ein alternatives Set, ein zweites sozusagen, dazu vorstellen. Das eine war ein Mock, das hier ist ein Set und zwar habe ich dabei von Rio Briggs die Pirate Bay oder Skull Island, mal so, mal so. Auf der Schachtel steht eigentlich Pirate Bay und auf der Anleitung The Pirate Bay, eine The Band. So, Reihe Pirates, 2022, ich glaube Q1 2022 ist es erschienen, das ist die F9016, 2960 Teile, die großes Volumen machen, kostet 169,95 Cent. Ich verlinke euch zu Amazon und zu Blue Briggs, beides Affiliate Links, vielen Dank, wenn ihr ihn nutzt. Da kann ich gleich noch was dazu sagen, mir, fangen wir mit der Schachtel an, ich halte sie mal nur von hier rein. Mir wurde das von Rio Briggs zugeschickt, lieben Dank dafür. Die haben mir das über ihren Amazon Warehouse Provider sozusagen zugeschickt und die heißen wohl Misini, denn bei mir kam das Paket nicht in einer Rio Briggs Schachtel, sondern in dieser von Misini. Ich habe dann natürlich nachgefragt, was es damit auf sich hat und dann wurde mir erklärt, ja, ist ihr Partner hier in Deutschland für Direktvertrieb bei Amazon. Bei Blue Briggs kriegt ihr es in der Originalschachtel. Bei Amazon habe ich aber auch gesehen, dass es wirklich dann auf dem Foto auch erkennbar ist, dass es diese Schachtel ist und nicht die von Rio Briggs. In dieser Schachtel gibt es A und B bei solchen Kartons und die sind voll und das Ding ist schwer. Es gibt eine Anleitung, die ein echtes Problem ist, die sieht so aus von der einen Seite und so von der anderen Seite. Die ist ein Problem deswegen, weil sie brutal klein ist. Also die Drucke, das ist ein bisschen schwierig, so ihr seht hier immer teilweise eben zwei solche Dinge auf einer Seite und es geht aber auch mit, da haben wir irgendwo, das geht dann aber auch mal so. Und es ist brutal schwer zu erkennen, teilweise durch das, dass das Ding wirklich groß ist, sie ausgrauen, was man schon gebaut hat. Der eine mag es, ich mag es nicht. Es ist echt anstrengend damit zu bauen. Das Set baut sich eigentlich sehr gut, aber es ist echt, man muss sich echt konzentrieren. Genauso ist die Farbtreue der, es gibt eigentlich nur drei, vier Farben, aber Tan wird hier eher wie ein dunkles Braun oder so angezeigt. Und es ist manchmal echt, man sieht dann schon, okay, dieses Tan-Teil gibt es nur in der Farbe, also Dark Tan, Entschuldigung. Es ist anstrengend zu bauen. Es gibt einen Stickerbogen, den ich nicht benutzt habe. Das Set kommt auch ganz gut ohne aus. Die gehören zum Beispiel hier auf so Paneelen oder hier hinten gibt es einen Wasserfall, den zeige ich euch gleich, da gehört dann dieser Wasserfall drauf. Es bleibt super wenig übrig, es bleibt bei mir ein Teiltrenner übrig und drei Teile. Und wahrscheinlich habe ich mich gar verbaut, weil ich schätze mir, dass eigentlich gar nichts übrig bleiben sollte. Wir haben hier so eine, ich halte es mir vor, es weiß, ja so ein, ich weiß gar nicht wie sie heißen, ein 1x2 mit Loch in der Mitte und hier so ein Slope noch. Das sind die drei Teile, die hier bei 2000, wie viel waren es, 2960 Teilen übrig bleiben. Die sind sich ihrer Sache sicher. Es hat mir aber auch kein Teil gefehlt. Teil auch dazu. Wie ich euch dieses Ding jetzt zeige, weiß ich gerade noch nicht. Ich schaue jetzt mal. Wir haben, wir können es hier hinten zusammenbauen, stecken. Stecken ist relativ, zeige ich euch. Wir haben hier eine angebaute Insel, die ich jetzt gar nicht festgeklemmt habe. Die nehme ich jetzt mal zur Seite. Genauso das hier. Wir sehen hier so Gedöns. Das ist eine Treppe oder eine Brücke, die man fast ein bisschen föhnen müsste, habe ich das Gefühl. Damit diesen ziemlich starr, ich kenne das bei jedem Hersteller so, da wären entweder Schnüre vielleicht besser gewesen oder es ist echt ein bisschen tricky. Ich nehme das mal kurz hier ab, damit ich euch mal... Ah, nee, Moment. Ich mache erst mal das hier nochmal da hin. Und dann nehme ich mal den Zollstock oder in dem Fall einen Meterstab. Und dann gucken wir mal so. Also wenn ihr das hier so stehen habt, dann seid ihr da so bei einem Meter zwanzig. Wer das Werkzeug bedienen kann, kommt meistens besser klar. So, wir haben hier kein Meter zwanzig, sondern wir sind ungefähr bei 82 Zentimeter. Und hinten, wenn es voll ausgeklappt sind, sind wir bei 65 Zentimeter. In der Höhe vom Hauptgerät sind wir bei 31 Zentimeter. Und hier bis zur Papageienspitze sind wir bei 46 Zentimeter. Und wenn wir es jetzt hinten zu machen, dann sind wir bei einer beachtlichen Tiefe. Und die ist auch ein bisschen das Problem von dem Sept, finde ich. Wo man dann gar nicht weiß, wo man es hinstellen soll. Das Ding ist so 58 Zentimeter tief. Das ist viel. Da braucht man ein tiefes Regal, um das Ding hinzustellen. Wenn man es so hat, schauen wir mal schnell, wie tief es dann ist. Viel gewinnt man, glaube ich, gar nicht. Nicht leicht zu messen. Ein bisschen schwieriger, aber ich würde mir so... Knapp unter 60 Zentimeter sagen. Ein Mega-Oshii. So, ich klappe das jetzt mal hier hinten zu. Nehme das hier ab. Und da fällt schon wieder was ab. So, ich schieb mal das zur Seite, schieb mal das zur Seite, schieb mal das zur Seite. Und dann schauen wir uns als erstes mal die Inseln an. Ich nehme mal hier diese Brücke ab. Die gucken wir uns dann gleich noch an. So, hier ist jetzt abgefallen. Oh Gott, ist das hier groß. So, wir haben oben diese Fahne. Da gehört eigentlich ein Piratenaufkleber drauf. Da ist aber einer dabei. Dann haben wir einen Papagei. Eigentlich ganz schön ist, aber ein bisschen eckig. Und dann haben wir diesen Turm. Da innen drin, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist ein Skelett, das da so vor sich hin vegetiert. Hier auf diese grauen Paneelen gehören eigentlich die Aufkleber. Ja, genau. Und hier oben haben wir dann einen Aussichtsturm, der vor sich hingedönst. Und hier haben wir eine Treppe nach oben. Die Palmen sind richtig cool. Hier unten diese Türkisensteine oder diese Transblue oder so sind ein bisschen ein Problem. Diese Plates sind die einzigen Teile, die echt Probleme gemacht haben. Die sind super schwer zu klemmen. Und es waren auch ein, zwei dabei, die durchaus eine Biegung in sich hatten. Das geht dann schon, wenn man es mal zusammengeklopft hat. Aber mit denen, das wäre jetzt glaube ich so etwas, wo ein Kind daran scheitert. Und wo man durchaus im Zweifel den Malkinghammer mal zu bemühen kann. Und ihr seht, hier sieht man an der Kante, dass es da immer noch nicht richtig klemmt. Das ist das Einzige, wo ich Probleme mit Teile hatte. Ansonsten nirgends. Hier kann man nochmal kurz reingucken. Dann seht ihr das Skelett vielleicht nochmal ein bisschen. Das hängt da halt so in der Gegend rum. Und hat einen Diamanten in der Hand. Das war diese Insel. Dann gibt es die Schatzinsel, nenne ich sie jetzt mal. Die ist eigentlich relativ unspektakulär. Aber man kann hier anhand der Palme den Deckel aufklappen. Und in diesen, da mache ich jetzt mal kurz die eine ab, weil dann kann ich ganz aufklappen. Da ist dann drin etwas, was gleich rausfällt. Und zwar diese kleine Schlange. Und dann haben wir da noch eine Schatzinsel. Es war aber anscheinend schon jemand da, die ist nämlich leer. Aber wir haben da eine Klappe. Und dann haben wir da Schätze. Und unten haben wir Kokonat. Oder in Gelb. Weiß ich nicht. Aber schon eine kleine Insel. Die Palmen sind tatsächlich von der Qualität her richtig gut. Die machen auch Spaß zu bauen. Auch die... Ja, eigentlich sind es wirklich nur diese Trans-Blue-Geschichten, die nicht ganz so sind. Aber ihr wisst dann, normal mag ich keine Bäume. Und hat hier aber Spaß gemacht. So, jetzt haben wir dieses Monster. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht so perfekt zeigen hier, glaube ich. Aber zumindest mal ein paar Eindrücke davon. Wir haben hier diesen Schädel. Den kann man hier an einem Rad auf der Seite nach unten fahren lassen. Und man kann ihn theoretisch... Ah, jetzt geht es sogar... Wieder hochziehen. Und dann bleibt er so stehen. Das hakelt manchmal ganz schön, muss ich sagen. Dann haben wir immer wieder so Skelette. Hier auch mal einen mit Bart. Und von der Seite, wenn man jetzt so weiter geht, dann hat man da wirklich viel Berg. Also wirklich viel Berg. Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs... Ich glaube, acht Kanonen waren es. Bin mir nicht ganz sicher. Mindestens acht. Könnten noch ein paar mehr sein. Allerdings keine Munition. Eine leere Produktionskiste haben wir. Das finde ich ein bisschen schaden. So, das baut sich... Hier haben wir natürlich immer viele dieser... Also man kriegt so einen ganzen Sack dieser Felsenteile unterschiedlicher Art dazu. Und das ist wirklich einfach ein richtig großer Sack. Genauso wie es noch einen ganzen Sack mit Plates gibt. Da kann man jetzt... So gibt es hier nicht viel Verstecke oder so. Aber es ist wirklich ein schöner Berg, der sich hier auftut. Und wenn man jetzt hier noch hinterkommt, dann... Sehen wir, da tut sich eine Spielewelt auf. Wir haben hier immer wieder mal Gänge, die so sind. Wir haben hier unten kann man dann... Weiß nicht, kann man das jetzt sehen. Da kann man eben nach vorne durch. Durch den Skull von vorne. Also durch die Einfahrt sozusagen. Ich versuche mal, ob man den hier ohne Probleme groß abnehmen kann. Schätze mal, nein. Nein, der verklemmt sich. Da gehört dieser große Aufkleber dran. Dahinter ist jetzt nicht viel. Da ist ein schwarzes Loch. Auch genauso hier oben können wir den Deckel sozusagen abnehmen. Und da haben wir hier unten so. Und hier oben steckt ein Schwert drin. Das kann man auch rausziehen. Ist innen hohl. Kann man dabei jetzt nicht rein. Und wenn man da drauf guckt, dann ist es da einfach auch hohl. Ich schalte mal schnell auf die andere Kamera um. Vielleicht seht ihr es genau. Da seht ihr diese Mechanik mit... Ich werde es rauf und runter fahren. Ansonsten ist da noch eine Plattform in der Mitte. Und das war es dann auch, was da jetzt so groß passiert. Wir haben hier lauter Kanonen. Immer wieder. Und viel Spaß und viel Gedöns. Man klemmt schon. Eierblang. Der Models hat mich in der Mitte mal unterstützt. Da habe ich dann die Inseln gebaut. Und er hat dann im Hauptteil hier weiter gebaut. Also ich glaube, jetzt mal so geschätzt, wenn ich Models sozusagen genauso schnell nehme wie ich, dann wäre ich irgendwo bei fast 12 Stunden gewesen sein, glaube ich. Was ich an dem Ding hingedoktert habe. Weil es ist echt... Ich sage dazu, es gibt kein PDF von Riobricks. Ich habe nirgendwo was gefunden. Ich habe es in der Library von... Die haben ja diese Library, dieses Google Doc. Und da gibt es einen Scan als JPEG. Hat mal schnell 700 Megabyte. Aber es hat mir durchaus sehr geholfen. Was ich nicht ganz so schön finde, ist tatsächlich dieses Rad. Warum da diese roten? Die könnte man natürlich raus machen. Dann hätte man nur das weiße Rad. Aber die Zahndräder, die hätte man da irgendwie ein bisschen besser verstecken können. Finde ich aber... Ja, Mann, auf schwierig hohem Niveau. Fazit, was soll ich sagen? Das Ding ist ein Mega-Oshie. Ich glaube, es gibt noch eine... Die wollten sie mir auch schicken, aber ich habe mich dann nur für eins entschieden, weil ich zeitlich so viel nicht klemmen wollte. Da gibt es noch so eine weiße Burg, die hat auch irgendwas um die 4000X-Teile. Die kann man theoretisch dahinter mit verbinden. und mache zusammen was her. Jetzt, wo ich es so vor mir stehen habe, bereue ich es ein bisschen, dass ich die Burken mir nicht auch kommen habe lassen. Aber ich weiß jetzt schon nicht, wohin mit dem Ding. Es ist saukool, aber ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Das sind so Luxusprobleme eines Klemmbaustein-Youtubers. So, Fazit. Für wen ist das was? Ich glaube, für Kinder zum Spielen mega gut. Man hat hier, wenn man jetzt da einfach mal so random ein paar Piratenfiguren noch hätte, hat man hier eine große Spielewelt. Ein Schiff ist dabei. Leider keine Munition. Wir haben jede Menge Kanonen. Aber das ist Kind, ich sage mal, braucht Hilfe beim Bauen. Denn es ist echt auf dieser Größe der Anleitung und einfach Größe der Sets, da steckst du dann hier wieder ein Steinchen auf dem Fels und da ein Steinchen auf dem Fels. Da kann man schon immer gucken. Und es hat sich durchaus bewährt bei dem Set, die Teile rauszulegen. Denn als Suchbild würde man lange suchen. Die Steinequalität ist bis auf diese Trans-Blue-Blades ohne Probleme. Ich hatte zwei dieser großen Steinpaneele, die hatten zwei Streifen, aber einfach zwei Kratzer. Klemmkraft, wie bei G-Star, Rio Briggs, Chuhang, der oberen Liga zugeordnet. Und man hat wahnsinnig viel Volumen. Es ist, glaube ich, ein super Set, um sich eine Basis für ein Piraten-Diorama zu bauen, weil man hat eigentlich alle Steine, die man braucht, um eine Insel im Zweifel mit zwei Bergen zu bauen. Ja, für Kinder oder wenn du dir ein Diorama baust oder wenn du einfach mal ein wirklich großes Piraten-Set bauen willst, dann hat man hier was als kindtägliches Mega gefunden. Hier diese Wege und überall Kanonen und Schwarz haben wir auch. Habe ich was vergessen? Bauplan zu klein. Farben sind schlecht im Bauplan. Keine PDF-Anleitung. Keine Munition für die Kanonen. und Sticker sind dabei. Aber auch hier ist es auch eher als Spieleset zu sehen, würde ich sagen. Und das war's von meiner Seite. Mächtiges Teil. Danke, Rio Bricks. Bin jetzt sehr am überlegen, was ich damit mache, weil eigentlich finde ich es viel zu cool, um es wieder abzubauen. Aber ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Das war der Donnergurgler für heute. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Klingelt die Glocke. Lasst es euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.